Hallöchen und Herzlich Willkommen zu einem neuen Auslo... ach nicht Ausloh, sondern Gewinnspiel vom Monat Februar. Das ist das erste. Und ja, heute geht es um die Funko Pop Figur von Stranger Things der Rhyll in 8 Bit. Ja, ich weiß gar nicht ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe jetzt ein Abonnement abgeschlossen. Ich glaube seit Oktober, September. Und da kommt jetzt jeden Monat für 10 Euro eine Funko Pop Figur. Und ja, weiß natürlich nicht was für Funko Pop Figuren da kommt, weil ich habe zwar eine Mystery Box bestellt. Und genau, für 10 Euro kommt da jetzt immer jeden Monat eine Figur. Die kosten ja normalerweise 14,95 die Figuren. Aber ja, ich kriege sie insgesamt für 10 Euro. Aber ich weiß natürlich nicht was drin ist. Ja, und diese Figur ist zwar von Stranger Things. Habe ich zwar noch nie gesehen diese Serie. Aber ich glaube die wird mir sowas von gefallen. Aber in 8 Bit mag ich nicht. Also ich finde die Figur ist nicht so. Also für meinen Geschmack. Ich bin zwar Funko Pop Figur Sammler. Aber von 8 Bit finde ich ich jetzt nicht so toll. Nee, brauche ich nicht. Und darum werde ich die jetzt verlosen. Vielleicht freut sich ja der ein oder andere über diese Figur. Und ja, was müsst ihr jetzt dafür machen? Ihr müsst erstens Abonnent sein. Zweitens das Video liken. Und drittens ein Kommentar abgeben mit Hashtag Funko Pop. Genau. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Am Dienstag kommt das Video online. Ich drehe das ja ein bisschen vor. Am Dienstag kommt das Video online. Und dann habt ihr dann für wieder eine Woche Zeit. Bis andere Woche Dienstag. Und ja, ich wünsche euch viel Glück. Und ja, ich hoffe ihr freut euch über diese Figur. Und ja, dann war es das jetzt auch für dieses Video. Wenn das Video euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben. Falls ihr auch mitmachen wollt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann. Euer Steffo. Ciao, ciao.